Und mit dieser wunderbaren Animation haben wir meine Höhle ausgebaut. Takas Höhle verbessert, Pellonung, Überlebensfähigkeiten, Bogen-Upgrade, Coil-Upgrade, Stachelbombe, Stachelbombe? Geil! So, erstmal hier, Moment mal, Bogen-Upgrade, wie kann ich mal meine Bögen upgraden? Wie ging das noch? Ich brauche Südstein und Südstein-Staub, das heißt ich muss in den Süden gehen wahrscheinlich. Aber ich bin der Meinung, ich bin im Süden. Na gut, was haben wir hier? Steinsplitter, du kannst noch keine Steinsplitter... Ja, kann ich wohl. Wie man sieht, ähm, Kletterkralle habe ich schon. Sperrgürtel, dafür brauche ich Wolfsfell. Was haben wir hier? Keulengürtel, ne, hm, Köcher, dafür brauche ich Federn. Ah, eine Stachelbombe. Nice. Ja, cool. Und ich habe mal Fähigkeiten, mal ganz kurz nebenbei. So, was möchten wir denn hier mal, was möchte, was will ich denn mal? Rohstoffentdeckung, Holzstücke, Stein und andere. Oh ja, das ist nice, da muss ich nicht mal den Jägerblick einsetzen. So, das ist natürlich ein bisschen so die Faulheitsfähigkeit, eh wieder so ein bisschen am Start. Ähm, so, ja, in der letzten Folge wollte ich ja die Höhle hoch, aber ich glaube, ich lasse das noch. Ich verfolge noch ein bisschen die... Was ist denn das? Oh, Ziegenfeld, alles klar. Ich verfolge noch ein bisschen die Story, aber jetzt gehe ich mal nicht zu ihr. Sonder, ist das ein Kind? Ja, krass, cool. Ist ja nice. Ähm, so, die Leute vermehren sich auch sehr schön. Ähm, so, ich will zum... Krieger. Darf ich mal drauf? So. Ist der ein bisschen außerhalb, Max? Ah, nicht so ganz. Mal gucken, was der gute Typ hier uns auf lagert. Mal, Karus, Takar, Kuawai. Mit Damsa, Tadamsam. Winja, Udam, Guandachayam. Ah, ah. Nö. Ja. Ach so, ich soll das bauen. Ja, äh, ja. Äh, warte, was noch mal hier? Schilfbauer und Wolfsfeld. Da müssen wir Wölfe jagen und Schilf sammeln. Ähm, das können wir aber unterwegs machen. Dann gehe ich doch mal zu ihm hier und der hat auch noch keine Hütte. Na toll. Was will ich? Was braucht der? Nur Schilf? Och, das können wir direkt machen. Es ist dunkel geworden. Äh, uncool. Das Schilf sollte sich wie immer hier unten eigentlich am Wasser befinden. Denn wer in Biologie ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, Schilf wächst wo? Richtig, am Wasser. Ähm. Ja, nur, dass hier kein Schilf ist. Ich habe hier einen Wolf. Zählt das? Nein, natürlich nicht. Äh, so. So, ich brauche Schilf. Und zwar. Ah, nur ein bisschen. Aber da oben ist Holz. Ich kann auch da. Guck mal hier auf der Minimap. Guck mal unten links auf die Minimap. Da sehen wir jetzt auch das Holz. Das heißt, wenn ich da hochgehe. Da oben ist das. Da. Da. Genau da. Geil. Das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. So. Ich brauche Schilf. Ich glaube, ich sammle einfach ein bisschen mehr. So einen kleinen Vorrat oder so. So, zack. Was läuft denn da hinten durch die Gegend? Sind das Wölfe? Ne, das sind Udam. Ne, das sind Widger. Was ist denn das da hinten? Das läuft auf jeden Fall geil. Doch, das sind Wölfe. Ja. Ja, natürlich mache ich mir erst mal nass. Ne, das sind keine. Ist das doof oder was? Ach, das sind hier eine Rohtonne, hörst du? Hm, naja. Gut, ist jetzt ja nicht so wichtig. So, und da wir das jetzt alles haben, können wir ihm jetzt die Hütte bauen. Und dann wahrscheinlich... Schnellreise, weil ich Paul bin. Haha, geil. Können wir ihm die Hütte bauen, wie gesagt. Und wir kriegen dadurch wahrscheinlich ein Missionchen in die Tasche gedrückt. Und das wollen wir doch haben, oder nicht? So, äh. Oh, oh. So. Schwichensequenz und so. Ach, so bleibt aber nicht. Jawoll. Sehr schön. Vereine die Wingers. Die Wingers sind in ganz Oros verteilt. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Drücke H und wähle das Dorfmenü, um deine Bevölkerung zu sehen. Ich sollte mal aufhören, drücke H zu sagen, weil ich meine, ihr seht das ja, weil sie drücken muss. Wenn deine Bevölkerung wächst, kannst du neue Hütten errichten und sie verbessern, um neue Fähigkeiten, Waffen und Handwerksrezepte freizuschalten. Ja, nett. Finde ich nett. Kriege ich jetzt irgendwie noch was? Nö. Keine Fähigkeiten. Nix, aber eine Mission. Sind das in der Falle? Ne. Ach, hier wird doch noch eine Fähigkeit. Hier quasi, der macht sein Feld, klar. So, aber erstmal die Fähigkeit hier snacken. Was haben wir hier? Ja, Nahrungsboost finde ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich glaube da nicht lieber. Ähm, das ist, glaube ich. Was ist das? Ach so, wir brauchen zwei Fertigkeitspunkte. Zwei, zwei. Ja, ich kann gerade irgendwie gar nichts so wirklich machen. Nö, da muss ich sparen. Beziehungsweise das kann ich mir holen. Aber ne, das will ich jetzt nicht. Ich rede mit ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach genau, ich habe noch eine Keule hier im Staat Stachelbombe, ja Ah ja genau, so schalte ich das durch, das ist ein kleines Geräusch Oh Gott Ja, dann steppe ich doch mal hin In diese Richtung Ja, warum wird man das in der Zeit, was ist denn da los? Zack, na komm Jetzt mal Jetzt aber Oh, das sind Wölfe Moment, das sind Wölfe Wo sind sie? Hm Ja, na gut Dann lass ich die Wölfe mal Wölfe sein Ich muss gleich glaube ich niesen Äh, noch nicht so ganz Ich glaube das ist ein Wolf Nee, das ist weg Jetzt einfach die Spawnt Oder sowas Oh, nee, wohl auch nicht Okay, das ist weg Gut, dann mach ich mich jetzt auch hier auf dem Staub Und äh Mission Federkleid Und komm Oh, oh, nee Nee Oh, warte mal Oh, warte mal Was haben wir denn hier schönes? Eule, guck mal unten Das ist einer Ähm So Die Pfanne sind es noch Gar keine mehr Der auf jeden Fall Wien, ja Jetzt steppe ich da mal ganz schnell hin Oh Gott, das sieht hoch aus Das Nee, hat noch geklappt Wunderbar Cool Ich muss ja eh in die Richtung Und naja, passt das schon Ist klar So, nice Wir haben noch ein bisschen Holz Und ich werde von irgendwas entdeckt Warte mal Wenn die jetzt die Wölfe petten, ne? Ah, nee Ist ja keine Wölfe Oh, man Das sind Rothunde Ja, geil, alter Hey, was ist denn das schon wieder? Ähm, egal 200 Was ist das? Achso Das war ein Ulam Alles klar Ich bin immer noch Jedes Mal geflasht von der Grafiker Ich weiß, guck dir das mal Oh, ich bleib mal stehen hier Oh, ey Nee, das ist der Bruder Ähm, ja, was auch mal Wenn man mir sagen möchte Ähm, ja, was auch mal Besschen Kill Äh, ja, geil Äh Wieso kriegt man Ach, nee, das ist die Abteilung Ich dachte gerade oben rechts Wo die Eule zu sehen ist Habe ich gerade gedacht Wieso steht meine Eule Aber, äh, das hat sich gerade gelichtigt Ach, das sind hier Ach ja, natürlich, klar Warte mal, warte mal, warte mal Wo? Äh, nee, die kriege ich nicht Nee, das wird nix Nicht im Flug So, ähm Wir müssen ja eh da hoch Quasi Zu deren Nest So wie das aussieht Und, äh Ja, ich bin mal gespannt Also Wahrscheinlich Genau zu diesem da Ähm Das ist wieder geil Ich gucke durch die Gegend Und entdecke direkt hier Das Das Vermeintliche Ziel So, ähm Ja, das ist jetzt die Sache Ein bisschen Jump'n'Run-Anlage hier Oh, oh, oh Na, komm, hopp Ey, ey Ich nutze die Kletterkralle Ja, äh Wie benutze ich die noch? Ich glaube, ich muss Ähm Den Ort anvisieren Wo ich das dem hinwerfen will Ah Ah Muss ich mal ein bisschen weiter hoch Vielleicht irgendwo Nee, ähm Ja, alles klar Vielleicht hier noch Ah, warte mal Da ist der erste Ach, greifhaken Yes Ja, die Frage ist jetzt natürlich Äh Können die mich angreifen Während ich am Kletterhaken bin? Diese Frage ist essentiell hier Ähm So, jetzt bin ich ein bisschen Klettern an der Tatsamen Seltene Adlerfehler Alles klar Ich denke mal auch, dass ich das Äh So nebensessions mäßig Auch noch machen kann Und das sogar vielleicht machen muss Aber äh Da steht es noch in den Sternen Ja Habe ich mich jetzt verlaufen? Äh Nö Ach ja Natürlich Einfach können Zack Und nach oben Und nach oben So, sag Woher Hä Ja, ich sollte hier vielleicht Ne Keule auspacken Man weiß ja nie Wie viele denn noch? Ach, ich hab schon welche Alles klar Eine von vier Oh Gott Das will Oh mein Gott Die weg du Ich bin fast tot Ich bin fast tot Geht's in die Höhle rein? Natürlich nicht Es gibt hier nur Wasser Ah Ja, Rübebauung ist hier Das wird gleich ein Vogel angeflogen Ah, oder auch nicht Jetzt hab ich hier den Höhlenmalerei Hm So, jetzt wird hier erstmal reingesteppt Wunderbar Nice Oh Eine Schlange Äh Zack So Ähm Kann ich sie noch heute Wahrscheinlich nicht Ich brauche Ich brauche Feuer Also sehe ich nichts Ähm Na gut Äh Wieso bringe ich denn jetzt? Bin da los Und wie ich sehe Äh Muss ich hier nirgendwo rein oder was? Na toll Das heißt Ich bin hier ganz umsonst reingelatscht Oder? Ja Läuft bei mir Na herrlich Ganz großes Kino Hier wieder Ganz, ganz großes Kino Ähm Dann steppe ich einfach mal hier hoch Und dann, äh Sag mal, ey Wo muss ich das Ding denn ranwerfen? Es geht hier rüber Und dann, äh Was ist das wieder? Oder geht es da auch noch hoch? Ja, da ginge es noch hoch Aber wie komme ich da hin? Kannst du das übersehen oder so? Ich höre schon, wie die geil meine Maus ist Ah Meine Fresse Das ist doch nicht normal Ja, toll Ich bin jetzt hier am, am, am Am Nest angekommen Aber ich Weiß nicht, wie ich da hochkommen soll Nein, da geht es auf jeden Fall nicht drüber Vielleicht wieder runter? Au Oh, das ist ärgerlich Das ist so ärgerlich Lösen Und jetzt mal eben ganz schnell hier Alter Dann mach mal die Detail Ich weiß nicht, wie viel Fleisch ich noch habe Weil ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll Aber hinten ist auch noch was Ich gehe mal einfach ein bisschen runter Autsch Jetzt mach mir noch ein bisschen Fleisch rein Wie komme ich denn jetzt da ran? Mit springen und dann Ja Ja, so Ich bin schlecht, hast recht, ey Ich bin jetzt fast da noch abgestürzt Ich bin so kacke mit dem Ding Was muss ich jetzt mal Darüber schwingen oder was? Ei, hopp Ach nee, mit rechts Ich muss ja lösen Nee, mit C Meine Güte Was ist denn los hier? Ähm Ja gut Dann werde ich wohl Vielleicht kann ich auch hier lang gehen Was hier ist nö Das sind ein paar Vögel hier Irgendwie Bisschen was ans Ohr krakehlen Alter Ich verlasse das Missionsgebiet Ich bin doch nicht blöd hier oder was Was ist denn da los? Ja, ja, ja Ich gehe ja schon Ich gehe ja schon Ich gehe ja schon Oh nein, da geht es nicht hin Ich werde blöd Ja, ich gehe ja schon Ey, das ist doch nicht normal So, jetzt machen wir uns immer ein bisschen gediegener hier Jetzt gehen wir das mal hoch So So, und jetzt haben wir hier erstmal die erste Kletterkralle Damit springe ich von hier nach da So Machen wir Zack So Ich bin drüben Jetzt kommen wir hier hoch Zack Und benutzen die Kletterkralle Snack, 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 snack So Jetzt geht es hier unter Und dann durch Und dann geht es da hoch So So weit, so gut Ähm Diese Folge wird Überlänge haben, oder? Ich sage mir das jetzt schon Ich bin so doof, um hier hoch zu kommen So, jetzt müssen wir Genau, jetzt müssen wir hier hoch Zack Ja, 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 ja Zack, zack, zack So Das respawned hier So, jetzt haben wir hier erstmal gar nichts Jetzt renne ich erstmal weg Wofür mich dieser behinderte Vogel wieder greift Ähm Und hier in der Höhle ist auch nichts gut Das habe ich ja eben schon gecheckt So Alter, wahrscheinlich steht Da steht es ja in den Kommentaren Oh, oh nix Warum bist du nicht das und das Hier am Machen gewesen und so Ja, Leute, weil ich es nicht sehe Anscheinendlich Achso, hier ganz rüber So Und jetzt müsste es ja eigentlich hier irgendwo Weitergehen Außer in dieser Höhle Ich gehe jetzt einfach mal in diese Höhle rein Es ist nicht Irgendwie Irgendwo Muss es ja weitergehen Aber hier oben Was für eine Kletterkralle Hier ein Bilbo-Beutlin ist hier Ein bisschen gedöhnt Aber Es geht hier nicht weiter Hier ist noch eine kleine Tasche Schilf Yay So Hier in der Höhle ist auch nichts Sehe ich das richtig? Yes So Also das Scheißdenken ist leer Den kann ich nur untersuchen Ähm So Jetzt gehe ich hier wieder raus Zack Ich sehe das da Irgendwo war noch hier noch Kletter Gibt Bösegigkeiten hier Ey, ich habe doch gerade das Feuer noch oberhalten Was ist denn das? Ich werde blöd So Ähm Ja, mich da runterrutscht Da bringt mir das auch nichts Moment mal Das ist äh Sehr viele Idee Okay, wie heftig das auch gerade war, aber Ne, das bringt nur eine Adlerfeder Wieder nur Adlerfedern Das ist aber keine seltene Adlerfeder Ja, hm Ey So Bin da rüber gesteppt Okay, ich komme mich einfach da noch mal ein bisschen um Hier an der Seite So Da ist nirgends wo was zum Hochklettern Nirgends Es sei denn, man kann ja diese Die Ahnen Irgendwie hoch, aber Ich glaube Ne, ist zu weit oben Es ist viel zu weit oben Wie komme ich denn da hoch? Aber jetzt wird's Ey, ich raff das nicht Also Ich bin ein bisschen aufgeschmissen hier an der Stelle Muss ich ganz ehrlich sagen Sag mal, wofür habe ich überhaupt meinen Jägerblick, wenn ich ihn nicht nutze? Durch Zufall jetzt Durch Zufall Wunder Ja 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 toll Das hat auch nichts gebracht Da kann ich nichts draufsetzen Sag mal Ach was Okay Äh Nochmal Wie soll ich da hinkommen? So oder was? Oh Ach du ahnst es nicht Also so Okay, alles klar Jetzt habe ich es schon einigermaßen gerafft Jetzt muss ich das mal wieder runter Ähm Aber bitte nicht auf dem Hardcore-Weg Danke Oh Aber ich weiß ja Ihr liebt meine Überlänge folgen Ich bin ein Depp, weil ich gerade auf C gedrückt habe Dann löst er sich oder Ich habe gedacht, ja auf C ist herunterrutschen Ja nee, am Arsch C ist lösen Ich bin froh, dass ich jetzt nicht gestorben bin Oh Freunde Das wird lustig hier wieder Ey Dann will ich es unterhalten euch Und die kann man noch runterspringen, oder? Ja, das geht So Ich will da hoch Also Drücke ich I So Ähm Ja Das äh Oder bin ich irgendwie Ein bisschen Da weiß ich hier auch noch was Nö Alter, ich finde blöd Ich werde da hoch, Mensch So Ey Also Da Und da oben Wie komme ich denn da rau Ich sage mir jetzt nicht, dass es so ein Secret So ein Secret Äh Way hier irgendwie Moment mal Moment mal So Äh Nee Das, das klappt doch nie Ja Ja Das Wahrscheinlich ist es mega einfach, ne? Ich sehe es kaum Es ist mega einfach Aber ich peile das nicht So Ähm So Erstmal hier Zack So So Geht mir mal wieder hier So Ja genau Hier war ich eben schon die ganze Zeit Mensch So Ähm Das Das wird doch nix Das wird doch nix Oh Ich Ja Wahnsinnig So Ich Ähm Ey Ey Wisst ihr was Ich mache das jetzt folgendermaßen Ich mache hier einen Cut Sonst wird das echt zu lang Und ich Mache das S wieder an Wenn ich da oben angekommen bin Das kann doch nicht sein hier Meine Fresse So Bis bald in der nächsten Folge Man J ARD Text im Auftrag von Funk